Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Jürs GmbH. Was wisst ihr schon? Der Kollisionsspezialist. Mittlerweile eher auch der Dämmspezialist. Mein Name ist Michael Scharnack, falls du noch nicht auf meinem Kanal gewesen bist. Hier geht alles um die Elektromobilität, um Tesla-Keramikbeschichtung, Unfallinstandsetzung und Fahrzeugdämmung, alles mögliche. Also wir machen ganz viel. Aber was es nach dem Intro gibt mit meiner Roadtour und was ich euch sagen möchte. Erstmal schnell Intro, warte mal kurz. Genau und was seht ihr hier? Ich wollte euch auch mal einmal ganz kurz zum Feierabend vermitteln, was hier so los ist. Eine andere Halle drüben, die Karosserieabteilung sieht noch mal genauso aus. Ihr seht, Hohlraumversiegelung, Keramikbeschichtung, Dämmung, Keramikbeschichtung, Dämmung, Facelift-Umbau, Facelift-Umbau inklusive der ganzen Schweller-Diffuser hinten. Wird richtig schick, da gibt es ein eigenes Video dazu. Ja, ihr seht, wir arbeiten wieder streng nach Farben. Hier ein Schweizer schönes Model S, Facelift-Umbau, selbenes Model S, Polestar-Keramikbeschichtung. Und was ich euch einfach auf den Weg mitgeben wollte, was ich euch erzählen wollte ist, ja, wir können das auch noch mal in die Karosserieabteilung geben, da stehen ein paar Unfallschäden, aber es möchte euch was erzählen. Auch wir bilden uns ja immer weiter, weil sonst würden wir nicht da sein, wo wir heute sind. Und ich habe in Österreich einen richtig guten Hi-Fi-Händler ausgemacht, der genauso mit dem Herzen dabei ist, wie ich es bin. Und das bedeutet, wir haben ganz viel schon miteinander telefoniert, geschrieben, gemailt und was weiß ich nicht. Ich habe jetzt, hier steht ja Mr. Grey Carbone, zeige ich euch auch noch mal. Und zwar die Carbone-Teile kommen auch aus Österreich, von dem Michael Öffner. Ich verlinke euch unten mal seine Website. Dort kaufe ich die Carbone-Teile in Österreich für meinen Mr. Grey Carbone. Der wird jetzt ab morgen zusammengebaut. Und ich möchte ihn natürlich dämmen. Und ich habe Kontakt zu einem super Hi-Fi-Händler in den USA, wollte ich gerade sagen, das ist eine andere Geschichte, in Österreich. Und zwar wollen wir hier in das Auto eine Hi-Fi-Anlage einbauen, das eine. Aber er möchte mir einen Workshop im Dämmen nochmal geben, weil er sagt, er ist der absolut 100%ige Spezialist mit ganz viel Erfahrung im Bereich von ganz verschiedenen Dämmmaterialien. Er sagt, wir sind schon richtig gut, aber es geht noch ein besser. Und deswegen fahre ich zum dreitägigen Workshop zu Ihnen nach Österreich, um mir das anzusehen. Da bin ich wirklich richtig, richtig doll gespannt drauf. Was will ich euch sagen? Es gibt in Österreich einen YouTuber in Nair Cup, den Georg, den werde ich treffen. Der Bernhard Hummel, der hat was ganz Tolles vor. Und zwar ein E-Fahrer-Sicherheitstraining. Das hört sich richtig, richtig spannend an und ist am 15.08. Ich spiele euch mal kurz sein Video dazu ein. Mehrere Sicherheitstraining. Das ist der Zukunft. Das ist der Zukunft. Das ist der Zukunft. Genau. Was sagt ihr dazu? Ist das ein geiles Video? Da bin ich auch. Also, mein grober Plan ist, wenn Mr. Grey Carbone fertig wird, und das hoffe ich, dass mein Mitarbeiter der André das auch schafft. Aber ich glaube, er wird ein paar Nachtschichten für mich Kumpel einlegen und dann macht er das. André, ich bitte dich. Er soll noch ein MCU-2-Upgrade kriegen und ich möchte am, ich glaube, 31. Juli starten nach Österreich. Vorher muss ich natürlich auch ein bisschen Probefahrt machen, ob alles funktioniert, alle Eintragungen machen und so weiter und so fort. Dann bekommt das Auto eine kleine HiFi-Anlage, aber wird eben auch gedämmt. Und er zeigt mir beim Model 3, welche Materialien er nimmt, um ein super Premium-Paket. Er sagt, unser Flüsterpaket ist schon richtig gut, aber ein besser geht noch. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Kunden, der sich das vielleicht auch leisten möchte. Und deswegen mache ich eine Roadtour durch Österreich. Ich treffe meinen Carbon-Händler, ich treffe den Bernhard Hummel, ich treffe den HiFi-Spezialisten. Und wen treffe ich vielleicht noch auf dem Weg dahin? Keine Ahnung. Und deswegen auch dieses Video. Ich werde natürlich irgendwo Zwischenstopp machen, werde euch auf Facebook rechtzeitig sagen, wo und vielleicht bei der Ann-Christin Gruber, wer weiß, vielleicht bei irgendwelchen anderen Tesla-Fahrern, die sagen, hey, wir haben hier ein schönes Hotel, fahren wir dahin, dann können wir abends nochmal zusammensitzen und was essen. Ich sage ja immer, essen muss man sowieso. Wenn man denn schon isst und seine Route noch nicht geplant hat, dann kann man auch mit anderen Leuten, die man vielleicht noch nie kennengelernt hat, essen gehen, weil man weiß nie, was für Synergien sich daraus ergeben. Und wenn es einfach nur ein schöner Abend ist. Ich freue mich auf meine Tour, werde sie natürlich Roadtrip-mäßig komplett videotechnisch begleiten. Ihr seid immer dabei. Facebook, Instagram und natürlich YouTube, logischerweise. Ja, wenn ihr noch Ideen habt, wen ich treffen muss unbedingt, vielleicht am Supercharger, vielleicht eine Werkstatt, wo ich unbedingt hinfahren sollte, dann schreibt doch gerne in die Kommentare und ich melde mich. Und ihr könnt mir natürlich auch eine Mail schicken. Jo, in diesem Sinne habe ich euch mal unsere Halle hier gezeigt, wo wir die Keramikbeschichtung, die Dämmung, Hohlraumversiegelung und alles machen. Die Karosserie-Abteilung ist jetzt schon scharf geschaltet, Alarmanlage ist alles an. Da wollte ich jetzt nicht noch wieder Unruhe, weil dann muss ich erst wieder das Wachunternehmen anrufen und so weiter und so fort. Ja, da stehen noch ein paar Unfälle. Tesla Model S, Model 3 und ein Model X mit dem Frontschaden. Aber dazu mehr. Die Videos produziere ich auch für euch, damit ihr seht, hey, was ist bei Negros GmbH so los? Ja, ihr kennt das. Bleibt gesund. Abonniert gerne meinen Kanal. Das freut mich natürlich sehr. Den YouTubern ist das sozusagen der Applaus. Ja, in dem Sinne, Allzeit, unfallfreie Zeit, unfallfreie Fahrt. Ihr seht, ich bin auch schon 14 Stunden auf den Beinen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt einfach gesund. Bis dann. Ciao.